Als ich das Mönchsgewand anlegte und in die Gemeinschaft von Achanschah eintrat, hatte ich bereits zwei Jahre lang in Eigenregie Meditation praktiziert. Nun übte ich stundenlang Sitz- oder Gehmeditation in einer kleinen Hütte auf einer Waldlichtung und mein Geist wurde allmählich offener und feinfühliger. Eines Tages, als ich gerade Achtsamkeitsmeditation auf den Körper übte, stellte ich fest, dass es bestimmte Bereiche gab, in denen ich überhaupt nichts spürte. Meine Haut war dort regelrecht taub, was meine Neugierde erweckte. Je öfter ich meine Aufmerksamkeit auf diese Stellen richtete, desto klarer wurde die Empfindung. Dann kam mir plötzlich der Gedanke, dass berührungsunempfindliche Zonen auf der Haut eines der ersten Anzeichen von Lepra sind. Ich bin eigentlich nicht hypochondrisch veranlagt, aber da ich im Friedenskorps als Helfer in einem Gesundheitsprogramm für Leprakranke gearbeitet hatte, war mein Geist für diese Befürchtungen empfänglich. Ich bekam Angst, dass ich mich vielleicht mit Lepra angesteckt haben könnte. Was sollte ich bloß tun? Ob man als lepröser Mönch wohl aus dem Tempel gewiesen wurde? Meine Ängste wuchsen. Ein Gedanke zog den anderen nach sich. Ich stellte mir mein Leben als Leprakranker vor, als Ausgestoßener, als Bettler. Ich lebte isoliert in meiner Waldhütte, aber nun fühlte ich mich wirklich allein. Dann stellte ich mir vor, wie ich meiner Mutter davon berichten würde. Dein Sohn ist Leprakrank, ich kann nie wieder heimkehren. Zum Schrecken kam nun auch das Selbstmitleid. Die Gedankenmaschinerie lief heiß. Was sollte ich nur tun? Ich schämte mich zu sehr, um irgendjemandem etwas darüber zu erzählen. Und wenn ich nun gar keine Lepra hatte, aber wenn doch... Ich wartete und praktizierte, während in meinem Kopf tagelang dieser Film lief. Dann bemerkte ich, dass die Taubenbereiche nicht immer dieselben waren. Das machte mir Mut, sodass ich einen älteren Mönch nach diesen Empfindungen fragte, nicht aber nach der Lepra. Er erklärte, dass sich körperliche Empfindungen in der Meditation manchmal veränderten. Mitunter kämen neue Empfindungen dazu, andere Körperteile schienen sich aufzulösen und zu verschwinden. Manchmal stelle sich dieses Gefühl im Körperinneren manchmal auf der Ebene der Haut ein. Das alles registrierst du einfach voller Achtsamkeit, lachte er, vermutlich, weil er meine Nervosität spürte. Drei Tage lang hatte ich als Leprakranker zugebracht. Und mit einem Mal waren alle Gedanken an die Lepra verschwunden wie ein böser Traum. Was würde sich mein Geist wohl als nächstes einfallen lassen? Wie arbeiten wir mit unserem Geschichtenerzählergeist? Die Dichterin Muriel Rakeiser schreibt, Das Universum besteht aus Geschichten, nicht aus Atomen. Die buddhistische Psychologie lehrt, dass wir lernen müssen, die Macht der Geschichten zu begreifen, die wir uns erzählen, damit wir sie von der direkten Erfahrung des Lebens unterscheiden können. Auf diese Weise können wir unsere Gedanken nutzen, ohne uns in ihnen zu verfangen. Oder wie einer meiner Lehrer meinte, Gedanken sind ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Der erste Schritt, den wir tun müssen, wenn wir mit dem Geschichtenerzählergeist arbeiten wollen, ist, den endlosen Strom von Gedanken und Kommentaren zu erkennen, der unsere Erfahrung begleitet. Jeder Meditationsanfänger ist zunächst einmal entsetzt, wenn er dies entdeckt. Auch wenn wir versuchen, unsere Aufmerksamkeit auf den Atem, den Körper oder ein Gebet zu konzentrieren, werden wir darin immer wieder von dem reißenden Strom unserer Gedanken, Erinnerungen und Pläne unterbrochen. Dies ist eine entscheidende Entdeckung, die den Namen trägt, das Sehen des Wasserfalls. Ein buddhistischer Meditationslehrer meinte einmal, ein durchschnittlicher Mensch hege 17.000 Gedanken am Tag. Wie die Speicheldrüsen Speichel absondern, so produziert der Geist Gedanken. Die Gedanken denken sich selbst. Das ist an sich nichts Schlechtes. Der Geist tut es einfach. Ich erinnere mich an ein Cartoon, das ich vor Jahren einmal irgendwo gesehen habe. Ein Auto auf einer endlosen Straße durch die Wüste und daneben ein Hinweisschild. Auf den nächsten 200 Meilen begleiten sie nur ihre nervtötenden Gedanken. Die buddhistische Psychologie lädt uns ein, sowohl den Inhalt dieser Gedanken als auch den Prozess des Denkens genauer zu untersuchen. Denn dies ist das zehnte Prinzip der buddhistischen Psychologie. Gedanken sind oft einseitig und falsch. Lernen sie, sich ihrer Gedanken bewusst zu sein, statt sich darin zu verlieren. Wenn wir uns den konstanten und von Wiederholungen geprägten Prozess des Denkens ansehen, erkennen wir schnell, dass er gewohnheitsmäßig die Vorstellung eines Selbst schafft, das uns von anderen Menschen unterscheidet. Oder wie Don Juan, ein Yaki-Schamane, seinem Schüler Carlos Castaneda erklärte, »Du redest viel zu viel über dich selbst. Aber da bist du nicht allein. Jeder von uns tut das. Wir halten die Welt mit unserem inneren Gerede aufrecht. Ein Mann oder eine Frau des Wissens ist sich bewusst, dass die Welt sich vollkommen verändert, sobald er oder sie aufhört, mit sich selbst zu reden. Wenn sich die Achtsamkeit auf das Denken richtet, werden wir uns einer vollkommen neuen Dimension der Existenz bewusst. Wir sehen, wie unser lächerlicher, sich endlos wiederholender Gedankenstrom ständig unser begrenztes Selbst schafft, mit all seinen Wertungen, Verteidigungsstrategien, Plänen und Entschuldigungen. Wenn wir diese Gedanken nicht genauer untersuchen, glauben wir ihnen einfach. Würde allerdings jemand ständig neben uns herlaufen und uns dabei dauernd unsere Gedanken ins Ohr flüstern, würden wir uns sehr schnell langweilen. Ginge das Unentwegt so weiter, würde uns die Krittelei schnell entnerven. Seine permanente Schwarzseherei würde in uns ein bedrückendes Gefühl zurücklassen. Und schließlich würden wir explodieren, weil der Kerl neben uns nicht einmal für ein paar Sekunden die Klappe halten kann. Vermutlich würden wir die Schlussfolgerung ziehen, dass der Typ verrückt ist. Und doch ist das genau die Art, wie wir mit uns selbst umspringen. Bei ehrlicher Betrachtung müssen wir darüber hinaus zugeben, dass unsere Einschätzungen meist falsch sind. Oder wie Achanscha sagt, es ist ganz einfach. Wenn jemand dich einen dreckigen Hund nennt, musst du nur deinen Hintern ansehen. Wenn dort kein Schwanz ist, ist die Sache erledigt. Das gilt natürlich auch für die Wertungen, denen wir uns selbst unterziehen. Machen Sie doch einmal folgenden Versuch. Schalten Sie am Ende dieses Absatzes das Hörbuch aus. Schließen Sie Ihre Augen und versuchen Sie ein oder zwei Minuten lang, Ihre Gedanken zu zählen. Bleiben Sie ganz ruhig sitzen und warten Sie auf die Gedanken wie die Katze vor dem Mauseloch. Jeder Gedanke wird gezählt. Und dann schauen Sie einfach, was passiert. Dabei werden Sie einige interessante Beobachtungen machen. Einige von uns denken in Worten, andere in Bildern. Bei manchen Menschen kommt beides vor. Manche Gedanken nehmen die subtile Form eines körperbasierten oder intuitiven Wissens an. Anfangs nehmen die Gedanken eher ab, weil sie nicht ganz so darin versunken sind wie sonst und sich nicht so sehr damit identifizieren. In ein oder zwei Minuten haben Sie also fünf oder zwölf oder zwanzig Wort- oder Bildgedanken gezählt. Einige Gedanken schleichen sich sozusagen von hinten an. Allzu viele Gedanken habe ich jetzt aber noch nicht gehabt, oder? Manche versuchen auch, an ihrer Identität zu kratzen. Mache ich das auch richtig? Wenn Sie sehr achtsam sind, werden Sie sich vermutlich der Lücken zwischen den Gedanken bewusst. Das ist der Raum des Gewahrseins, in dem die Gedanken aufscheinen. Das ist, als wären Sie Zeuge aller Dinge, still, offen, lebendig. Wenn Sie weiter einfach beobachten, werden Sie feststellen, dass Sie auch nicht der Zeuge sind. Denn wenn Sie das Selbst dort suchen, werden Sie merken, dass nur das reine Zusehen da ist, das Gewahrsein selbst, das kein aktiv handelndes Element mehr beinhaltet. Die buddhistische Psychologie gibt uns zwei Methoden an die Hand, mit Gedanken zu arbeiten. Zunächst einmal zeigt sie uns, wie wir die inhaltliche Seite unserer Gedanken untersuchen können. Im nächsten Schritt lernen wir, uns davon zu lösen. Wenn wir achtsam unseren Gedankenstrom verfolgen, stoßen wir gleichsam auf den inneren Soundtrack zu unserem Leben. Wenn der Soundtrack läuft, werden wir zum Helden oder zum Opfer, zur Prinzessin oder zum Leprakranken. Wir haben eine eigene Dramaturgieabteilung im Kopf. Der Casting-Chef besetzt die Rollen innerer Diktator, innerer Kritiker, Abenteurer, verlorener Sohn, Bettler und Millionär. Auf dem Meditationskissen lernen wir diese Rollen alle kennen. Anne Lamott schreibt, Wenn wir erkannt haben, wie zwanghaft wir unsere Denkmuster wiederholen, verstehen wir langsam die psychologische Wirklichkeit von Samsara. Dies ist der Sanskrit-Begriff für die wiederkehrende, zyklische Existenz. In buddhistischen Belehrungen spricht man von Samsara meist als vom Rat des Lebens. Auf diesem Rat werden Wesen wiedergeboren und leiden so lange, bis sie Einsicht entwickeln und Befreiung finden. Doch Samsara umfasst auch die unheilsamen Wiederholungen in unserem täglichen Leben. Unsere samsarischen Muster machen sich von Augenblick zu Augenblick bemerkbar, meist unbewusst und erlegen uns Grenzen auf. So erkennen wir beispielsweise, wie häufig unsere Gedanken Furcht, Wertung oder Anhaftung ausdrücken. Außerdem rechtfertigen wir mit ihnen unseren Standpunkt. Oder wie die Indianer sagen, Wer nicht tanzen kann, behauptet stets, der Boden sei nicht eben genug. Wenn wir auf diese Zusammenhänge achten, merken wir, dass unsere Gedanken klebrig sind wie Sirup. Es ist nicht so einfach, aus dem Strom herauszutreten. Oder wie Achan Buda Daza bemerkte, die meiste Zeit sind wir im Denken verloren. Glücklicherweise können wir uns mithilfe des Achtsamkeitstrainings der Gedanken bewusst werden, die unsere Wahrnehmung prägen. Dann schneiden wir durch die zähen Muster der Angst des Vergleichens der Eifersucht, des Bewertens und des Ehrgeizes einfach hindurch. Anfangs ist es sinnvoll, die häufigsten Gedankenmuster aufzugreifen, sozusagen die Top Ten, indem wir sie benennen. Vielleicht sind es wiederholte Sorgen über Geld, bestimmte Konflikte oder es geht um zwanghafte Zukunftsplanung. Sehr häufig kommt auch der innere Kritiker zum Vorschein, der all die kritischen und enttäuschten Stimmen aus unserer Kindheit repräsentiert. Wenn wir dagegen ankämpfen, ich sollte mich nicht verurteilen, ich bin zu hart zu mir, stärken wir ihn erst recht. Wenn der innere Kritiker auftaucht, nehmen wir ihn am besten mit einer inneren Verbeugung zur Kenntnis und sagen, Ah ja, da ist ja der innere Kritiker. Sobald wir das tun, verliert die Kritik ihre Macht über uns. Wir können sogar sagen, Vielen Dank für deine Meinung. Wie ein Bildtauer, der die unterschiedlichsten Meißel einsetzt, so haben auch wir eine Reihe geschickter Mittel zur Verfügung, um uns durch das Dickicht der Gedanken zu kämpfen. Wenn wir von ihnen mitgerissen werden, können wir den Geist beruhigen, indem wir uns auf den Atem konzentrieren. Eine Visualisierungstechnik benutzen oder ein Mantra rezitieren. Wir können aus dem Gedankenstrom heraustreten, indem wir uns achtsam auf den Körper konzentrieren oder kontemplatives Gehen üben. Wir können uns von unseren Denkmustern verabschieden, indem wir über den Tod nachdenken, über die Liebe, die Leerheit. Wir können Momente der Stille suchen, wann immer sie sich ergeben. Um uns herum ist stets eine geräumige Stille. Wo immer wir sind, können wir einen tiefen Atemzug nehmen, unseren Körper fühlen, unsere Sinne öffnen und aus den endlosen Geschichten des Geistes heraustreten. Wir können innehalten. Wir können unser Gewahrsein in einem offenen und mitfühlenden Herzen finden. Dann blicken wir durch den Strom unserer Gedanken, Sorgen und Bilder hindurch, weil sie nichts weiter als ein Teil des viel größeren Ganzen sind. Es ist meist eine ziemliche Erleichterung, wenn wir herausfinden, dass unsere Geschichten nicht alles sind, was wir sind oder erleben. Eine Frau aus meinem Bekanntenkreis begab sich eines Tages auf einen Sommerretreat in einem Camp in den Redwood-Wäldern. Mitten in der Nacht erwachte sie mit pochendem Herzen, da sie draußen ein lautes Knurren hörte. Bestimmt war ein Bär in der Nähe, vielleicht ein gefährliches Exemplar. Sie schaltete eine kleine Taschenlampe ein und sah sich um. Ängstlich wartete sie darauf, dass das unbekannte Tier sich wieder bemerkbar machte. Zunächst blieb alles ruhig. Dann aber gab ihr Magen ein lautes Knurren von sich. Sie merkte, dass die abendliche Bohnensuppe sich ihren Weg durch ihren Verdauungstrakt bahnte. Das laute Knurren war also von ihr selbst gekommen. Wenn wir achtsam sind, können wir aus der Geschichte, die wir uns erzählen, heraustreten und den Akt des Erzählens einfach zur Kenntnis nehmen. Wir werden zum Zeugen, zum Raum des Gewahrseins. Wenn wir dies tun, ruhen wir in dem, was Achant Schar stets den Erkennenden nannte. Mit einem ruhigen Geist kann der Erkennende sehen, wie wir unsere Welt konstruieren, indem wir unsere Geschichten wiederholen. Außerdem entdecken wir, dass diese Geschichten meist gar nicht wahr sind. Wie der Bär. Wenn mir jemand sagt, dass er seine Meditation damit verbringt, seinen Gedanken nachzuhängen, so frage ich ihn, und worüber denkst du normalerweise nach? Meist erzählen die Menschen dann Geschichten von Sehnsucht oder Unmut, Erfolg und Misserfolg, über ihre Familie, ihre Arbeit, ihren Körper, ihre spirituelle und politische Welt. Dann machen wir uns gemeinsam auf die Suche nach dem Punkt, an dem die Gedanken sie forttragen. Ich frage zum Beispiel, gibt es Augenblicke, an denen du einfach die Geschichte und die zugehörigen Gefühle freundlich zur Kenntnis nehmen kannst, ohne dich damit zu identifizieren? Meist nehmen sie an diesem Punkt einen tiefen Atemzug, machen sich auf die Suche und meinen danach, nun gehe es ihnen besser. Wenn es um eine schwierige, angstbesetzte Geschichte geht, sitzen wir zusammen und lassen die Geschichte präsent sein. Wir nehmen lange Zeit ihre Atmosphäre auf, bis alle damit verbundenen Gedanken und Emotionen ans Licht gekommen sind. Dann überprüfen wir, ob die Geschichte wahr ist. Welche Überzeugungen im Hinblick auf uns selbst wurden durch diese Geschichte geschaffen? Welche Weltsicht steckt dahinter? Ist sie denn auch wirklich wahr? Wenn wir unsere Gedanken beobachten und unsere Überzeugungen in Frage stellen, gelangen wir allmählich zu der Einsicht, dass Denken, Planen und Erinnern zwar ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens sind, dass sie jedoch weniger bedeutsam sind, als wir glauben. Unsere Gedanken sind viel flüchtiger und einseitiger, als wir dies gewöhnlich wahrhaben wollen. Normalerweise aber glauben wir ihnen. Doch eben dies ist das Kernstück buddhistischer Praxis, das Infragestellen der eigenen Gedanken. Ist das, was wir glauben, wirklich Wahrheit, Gewissheit, Realität? Wenn wir fest an unsere eigenen Gedanken und Meinungen glauben, werden wir zu Fundamentalisten. Es gibt fundamentalistische Buddhisten, Wissenschaftler, Psychologen. Doch ganz egal, wie sehr wir von unseren Ansichten überzeugt sein mögen, es gibt immer auch andere Perspektiven. Am deutlichsten wird das in unseren persönlichen Beziehungen. Eine Beziehung kann dann reifen, wenn jeder der Partner dem anderen die Möglichkeit zugesteht, vielleicht im Recht zu sein, obwohl wir das nicht immer glauben können. In der Stille der Meditation erkennen wir die substanzlose Natur des Denkens. Wir beobachten, wie Worte und Bilder kommen und gehen, ohne eine Spur zu hinterlassen. Die Abfolge von Bildern und Assoziationen bringt Luftschlösser hervor. Diese bleiben eine Weile bestehen und lösen sich dann wieder auf wie die Blasen in einem Glas Mineralwasser. Wir können so still werden, dass wir sogar die subtile Energie der Gedanken kommen und gehen spüren. Aber wenn sogar die Gedanken leer sind, worauf können wir uns dann noch verlassen? Wo finden wir unsere Zuflucht? Diese Frage beantwortete der indische Weise Nisargadatta Maharaj wie folgt. Der Geist schafft den Abgrund, das Herz überwindet ihn. Der denkende Geist schafft die Gegensätze von gut und schlecht, richtig und falsch, selbst und anderen. Diese sind der Abgrund. Wenn wir ohne Anhaftung Gedanken kommen und gehen lassen, können wir unsere Gedanken zwar nutzen, bleiben aber doch im Herzen. Und das Herz ist unschuldig. Wir sind Kinder des Herzens und seiner angeborenen Weisheit. Wir sind das Ungeborene. Wenn wir aus dem Herzen leben, leben wir in Harmonie mit unserem Atem, unserem Körper. Wenn wir aus dem Herzen leben, werden wir vertrauensvoll und mutig. Unsere Geduld wächst. Wir müssen nicht mehr über alles nachdenken. Das Leben entfaltet sich einfach. In meinen Meditationsinterviews versuche ich, den Menschen zu helfen, hinter ihre Geschichte zu schauen und die Schönheit zu sehen, die sie umgibt. Der Psychologe Lennberg und Tino berichtet über eine Reihe frustrierender Therapiesitzungen mit einem Patienten, der sich entweder abschottete oder mit allen Mitteln versuchte, ihm zu gefallen. An diesem Tag hatte ich das Gefühl, einfach kein einziges Wort mehr zu diesem Mann sagen zu wollen. Zu seiner Überraschung nahm ich also meine Mandoline heraus und begann so schön, wie ich nur irgend konnte, zu spielen. Come back to Sorrento. Er brach in Tränen aus und weinte die ganzen 40 Minuten lang, die die Sitzung noch dauerte. Er sagte nur, Bergantino, dieses Mal haben Sie sich Ihr Geld aber wirklich verdient. Ich antwortete ihm, wenn man sich nun vorstellt, dass ich all die Jahre damit verschwendet habe, mit den Leuten zu reden. Wenn wir den Strom unserer Geschichten hinter uns gelassen haben, tauchen wir erneut in das Mysterium des Hier und Jetzt ein. Achtsamkeit in Bezug auf das Denken heißt nicht, dass wir unsere Gedanken loswerden müssen, sondern dass wir lernen, mit ihnen geschickt umzugehen. In der buddhistischen Tradition üben wir uns darin, den denkenden Geist zu möglichst klarem und sinnvollem Denken zu bringen. Natürlich müssen wir denken, Planen organisieren. Wir müssen schöpferisch denken und uns Dinge bildlich ausmalen, was im Buddhismus ebenfalls als Aktivität des Denkens gilt. Umsichtiges Denken ist eine wertvolle Gabe. Unsere Gedanken geben uns die Richtung vor. Sie bringen uns Einsicht, Unterscheidungsvermögen und klare Analyse. Sie verbinden uns mit dem Leben um uns herum. Wenn wir im Herzen ruhen, dann können wir das Denken auf weise Art nutzen. Wir können auf heilsame Weise planen oder organisieren. Der Schlüssel zum weisen Denken ist die Energie hinter den Gedanken zu spüren. Wenn wir darauf achten, werden wir merken, dass bestimmte Gedanken aus Furcht entstehen, aus dem Gefühl unseres Begrenzten Selbst. Diese Gedanken führen zu mehr Anhaftung, Härte, Aggression, Angst sowie Gefühlen der Wertlosigkeit oder Unterlegenheit. Die Auswirkungen dieser Emotionen spüren wir sowohl im Herzen als auch im Körper. Wenn wir dieses Leid bemerken, können wir uns entspannen, atmen und die Identifikation lockern. Mit diesem Gewahrsein öffnet sich der Geist und wird handhabbarer. Wir machen eine Pause und kehren zu unserer Buddha-Natur zurück. Dann können wir denken, planen und uns Dinge bildlich vorstellen, weil wir dies aus einem Zustand der Gelassenheit und der Güte heraus tun. So einfach ist das. So einfach ist das. So einfach ist das. So einfach ist das. Vielen Dank.